So, und da sind wir wieder bei Essence Creed. Oh, das ist mit unserer Kassandra, ne? Die Fische kurz. So. Wie würd's sagen, ich will noch das Ding da machen. Das Zipferlchen da hinten. Bevor wir die richtige Hauptszahler fertig machen, Schulten eintreiben und links da machen. Jetzt kriegt ein andere Graffel, ne? Machen wir mal das. Das wir erledigt haben, ne? So ist das. Pferdchen. Hoppala. Komm schon. Es gibt keine Straßen hier. Der tödlichen Blöden. Oh, Alter. Effekt ist mir gut auch nicht. Äh, jetzt schnell. Raider, Raider. Ghost Rider, ne? Scheiße! Kassandra, der Ghost Rider. Ich werde mich an die Malakas anschleichen. Malakas? Wo? Vorwärts. Rückwärts. So. Malakas schauen, ne? Was ist da los? Mit dem Malakas? Sich anschleichen. Aha. Flicken mal. Flicken mal. Flick und Sieg. Hornstein. Mhm. Das sind ja alles böse Wichte. Hier ist dann auch wer. Karte schon. Ja. Schauen wir mal gut aus. Dann laufen wir mal rüber. So. So viele Gegner sind sie nicht, ne? Aber da war ja was. So. Hier das Ästchen. Strand, der Kindmeer. Äh, Kindmeer. Genau. Mein Schatz. So. Wie macht man das jetzt so? Okay. Lass mich gehen. Sei still oder ich zieh die Fesseln ein bisschen enger. Sie wird dem Zyklop mein fettes Lösegeld einbringen. Keiner wird mich zurückkaufen. Die sind alle arm. Sei leise, Phoebe. Phoebe. Ja du. Scheiße. Dickung. hoher Gras wird mich niemand sehen. Okay. Und letzter. Ja ich weiß. Das haben wir schon gemacht. Eliminieren. Den Rest der Malacas nicht entkommen lassen. Dein Malacas Kanakas, ah. A, so. Aufheben. Nein, nein. Das wollte grad machen. Verlaufen. Schtt, pfst. Schnucki. So, durchsuchen. Lecker, lecker. Wer fährt denn da? Ja, ich. Servus. Zack, bumm, liegt er schon. So, durchsuchen. Ne? Aus dem Gebouche. Jetzt hole ich Vöbel da raus. Vöbel. Ich bin hier. Wenn wir mich los. Du hast mich gesehen, ne? Aber die anderen, ne? Ich muss das erst einmal plündern. Spatz. So. Ach so, hab ich gut gesagt, da kommt wieder. So, halt laut ist, ne? So. Na? Aber es wird den Schritt. Fittest du gut? Es war nicht so schlimm. Letztes Mal haben sie mir einen Lumpen in den Mund gesteckt, damit ich nicht beiße. Vöbel, sei vorsichtig. Du bist allein, seit... Seit meine Eltern tot sind? Ist schon gut. Ich hab doch dich. Und du hast mich und Markus. Wir sind deine Familie, nicht? Weil du warst nicht. Dafür müsstest du schon stärker sein. Lass dich nach. Gib ihm Saures. Hab dich. Ja, Pater. Ja. 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 Beine auseinander. Ein Soldat braucht einen festen Stand. Gut. Gut. Na los! Das reicht jetzt, Nikolaus. Die Sonne geht unter. Zeit fürs Essen, meinst du nicht? Was gibt's heute Abend? Heute Abend essen wir den kleinen Alexius. Was das für ein Festmahl wird. Nein, nicht ihn. Nimm mich stattdessen. Ich schmeck besser. Ja, ja. Du bist so süß wie Honig. Und jetzt? Komm rein. Das Lamm wird schon schwarz. Hier. Leg ihn in sein Bett. Ja, Pater. Kassandra. Du bist mein größter Stolz. Vergiss das nicht. Du wirst diese Familie rumbringen. Los. Stimmt. Du sorgst dich zu viel. Und du dich nicht genug. Alles wird gut, wenn wir aufeinander aufpassen. Da fällt mir ein. Die Schläger sagten, du sollst aufpassen. Was sagten sie? Dass der Zyklop ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt hat. Talos, die Steinfaust will deinen Tod. Talos, der Söldner? Uff. Bleibt mir denn gar nichts erspart? Du solltest ihm besser zuvorkommen. Man sagt, er sei ziemlich brutal. Ich finde allein zurück nach Hause. Danke, Kassandra. Fiaty. Talos, die Steinfaust? Genau das hat mir heute noch gefehlt. Meine gebrochene Nase. Darum werde ich mich wohl kümmern müssen. Da ist das Kopfgeld. Ja. Seltener, 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 seltener. Nein, Start. Start. Okay. Okay. Hang 9. Was heißt das? Das ist eine Position. Belohnung, so wie Status und Schwächen aller bekannten Kampfferdjäger. Prüfung. Naja, wir sind in Stufe 3, der ist 5, das ist relativ machbar, finde ich. Weiter, RT. Okay, fortsetzen. RT. Ist das seltener dann? Ah, dahinten ist er. Okay. Kleiner Strzy. Kampf mit Talos. Neu-Quest. Ne. Ich wollte ja eigentlich... Ne? Sieg was zum Looten? Ne. Da hat es geploppt. Ich seh's nicht. Egal. Weiter. So. Darüber. Auf da. Darauf haben wir abgeschlossen. Mal schön durchgelootet. Phobos rufen. Rufen wir Phobos. Aufsetzen. Ella. So. Ella, Ella. Da kommen wir nicht runter. Soll schielen. Das wird steinig und schwer. Ja. Ah, da ist was. Da ist er. Da ist was. Nein. Will ich sagen. Pferd, ne? Ich hab nur gesagt, da ist was. Aber, wenn ich hören will, muss ich fühlen. Zweiter. So. Werden wir rauf da. Ist da jemand? Lage checken. Checken, 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 checken. Schnecken, checken, checken. Nee, nee, nee. Hier. Tiere können wir auch jagen. Okay. So. Jetzt auch nichts. Okay. Ja. Da werde ich rauf. Da ist irgendwas. Da ist das. Ein Käfig. Da können wir nachher schauen. Aha. 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 Ja, leck mich doch. Ah, eine Schatzkiste. Stufe 5. Du dürft aber kein Auftrag sein. So. Wir gehen jetzt da. Da. So. Synchronisieren. Ist das nicht ganz normal? Oh Gott. Ah, boah. Na, wer bist denn du? Der Eingram. Warum liegt das so tief? Ah. Ja. Hast dich geschreckt jetzt, ne? Ja, ja. Ist schon gut, Meister. Will der nur rauf? Ui, eine normale Leiterhutkli. Dann kann sie auch. Okay. So. Und synchronisieren. Puss. 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 Sagen. Puss. 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 Ähm. das kann sie also auch da haben auch noch unbekannt ob das klaut ist eine lage gewesen jetzt kommt ein schiff gefahren also ist der kollege jetzt er ist noch da oben den wir immer noch so richtig fertig machen den typen markieren sollte ich auch habe ich markiert sehr gut die markierung ist hier bösen wie ich dir das war blöd kassandra was führst du auf führst du auf das ist ein bär des synchronisiert arme scheiß die wand fehler passieren das ist nicht so weit jetzt alles wieder zurück gespult oder genau synchronisiert warte ist das speicherpunktband synchronisieren geworden lade schneller wo bin ich jetzt ok passt der kollege ist da details wir verfolgen ok ein kittel das ist einfach versteckt nichts irgendwo ja so jetzt macht er Er steht noch, wird da, ja, in der Gegend dort. Mal schauen, bin ich? Und hier hin? Da? Geht jetzt mal. Okay. Das nicht? Okay. Probieren wir jetzt zu killen, ne? So. Schönen von hinten, davon. Weiß ich noch. So, Arsch. Jetzt mit ihm. Ja, ich bin. Ja, ich bin. Du hättest den Auftrag besser abgelehnt, Thalos. Kehl, da haben wir eine Arena-Einleitung, Krieger, die die Arena... ... ist Kehl und jetzt ist die Arena die gesamte Key-Jungel. Ja, damit haben wir unseren ersten Auftragskiller, was uns kitteln wollte, erledigt. Richtig ausdämpft, schön angeschlichen und jetzt gehen wir das Lager an. Jetzt sind wir voll motiviert, voll motiviert sind wir. Motivation. Okay. So. Wir haben einen Icarus. Kollegen. Das wollen wir. Da, da, da. Okay, dahinten ist auch eine Kiste. Ein Käfig. Was ist das? Ein Wolf, den müssen wir auch killen, ne? Haben wir jetzt ein Level Up gekriegt eigentlich? Ist geil, oder? Was sieht man das? Shop. Gameplay. Fotos von Freunden. Quests. Okay. 25er Quest. Boah. Schuhe, Materialien haben wir noch gekriegt. Okay, die neue Weste. Seltene. Seltene Brustplatte. Ah, okay. Dann haben wir das Teil kriegt. 13. 17. Okay, das können wir schon anziehen. Vierer Stufe sind wir. Sehr nice. Können wir das zerlegen, ne? Sicher nicht. Die Anfangsklamotten, die will ich ja behalten eigentlich, ne? So. 19 hat das Ding. Okay, ist sehr nice. Das hat auch nichts. Wie sieht das aus? Krieger, Krieger, Krieger. 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 17 hat's. Komm auch weg. Ist das gleiche wahrscheinlich. Ja. So. Ist auch erledigt. Schuhe. Schuhe haben wir vierer Stufe. Sehr gut. 8. 8. 7. Weg. Gewöhnlich. So. Brustpanzer. Tutten ein wenig gleich aus. Okay. Jetzt müssen wir nachher auffrösten. So. Armschienen. dann haben wir aus dem beutel die arena den packen wir aus fähigkeiten das ist sparta ok 5 erforderlich ja soll man noch warten oder was ist das das kann man nicht schaden klingt auch gut ok gifter ok 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 jetzt können wir wieder empfehlen so zack gift raus so jetzt haben wir uns aufgebimmt wir müssen uns den wolf holen da drüben hier heute haben wir noch recht und offen klärfrontale an alle so hilft einer so stirb wir suchen auch ja hätte richtig reingehauen jetzt haben wir kleptos bucht ok ein adler für fragen siehts aus haben wir alle hier gefunden ok wissen wir uns richtig durchkämpfen mit so anscheinend wo wo war was war was was war was das da ist noch was Was jetzt? Glaub ja. Okay. Jetzt geht's. Ich mach mich unsichtbar. Wie? Was ist los? Schnell, schnell. Schnell, schnell. Dies war einst ein freundliches Dorf. Doch nun ist es ein Hort der Anarchie und Gewalt. Schnell rein. Okay. So, den ersten Schatz haben wir schon. Relation. Ratten-Tarts-Schule. Okay. So. Gehen wir wieder nach oben. Besser dran. So. Was ist der nächste Gegner? Suchen? Cash, cash, cash. Ist hier unten keiner? Noch mal einen Adler holen. Schaut zauber aus, ne? Ist er auf deinen Einen da hinten? Da? Okay, wir sind halt alle dahin. Das passt ja gut. Hoppala. Cassandra. Was du machst, Sachen? Ich kann mich schon noch einen pushen. Komm schon. Oh yeah. Hey. Was ist los? Alter. Der wehrt sich ja. Aufheben. Paranda. Pusche rein. Zack. Okay. Ja. Noch. So. Adler holen. Adler. Das kann, ne? So. Wie spielt die Musik? Oh ja. Die von oben. So. Zack, 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 zack. Rauf da. Zack, 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 zack. Runter. Dann müssen wir da laden. Aufschließen. Aufschließen. Wie heldenhaft von dir. Spaghetti, ja, Spaghetti, Spaghetti, Spaghetti. Okay. Scheiße. Ist da jemand? Ja, ja, komm her. Komm her, komm her, komm her. Komm her runter. Ach, das weiß ich ja nicht. Das wär jetzt das gewesen, ne? Ja. Ja. Okay. Was war das? Ja. Komm schon. Den haben wir richtig ausgenommen jetzt. Geil. So. Den starken HG haben wir schon ausgeschockt. So. Target checken. Igarus. Igarus, Igar, Igar. Igarus. Okay, die haben gesagt, wir sind da vorne, ne? Das so entlang. Zack, zack, zack. Durch, ne? Ist doch mal. Ist das denn noch einer? Komm schon, komm schon, komm schon. Auf, lauf, 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 lauf. Nee. Ich töte dich ins Stöcke! Ich töte dich! Angriff! Scheiße! Erwischt! Der hat mir hier alles gewischt für die Gana! Lecker, Mia! Nur Ärger mit euch Typen, Leichtheit! Ach! Du liegst nicht so richtig! So! War auch da! Kameranda! Ich habe Probleme mit den Typen! Wir haben jetzt zwei weniger, ne? Das ist in der Nacht, glaube ich! Kann ich nicht meditieren, schade! So! Der Plan war halt von oben, ne? So! Okay! Bling, bling, bling! Das hört sich gut an! Ah! Komm schon drauf! So! Schauen wir mal, wie die Lage ist! Das ist ein Käfig oder so! Hm! Schauen wir uns das nachher an! Darüber! Okay! Just... Okay! Okay, come her! Oh! Schönersting! Schönersting! Ja, 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 tue ich so. Okay. Rikeros? Da ist deine Schatzkiste. Den Typen müssen wir noch mal quatschen, aber... Ja. So. Drei Schatzkisten haben wir noch. Verditen sind Führer. Wo ist dein Hund? Braut sie. Da unten. Oh je. Schatz haben wir gefunden. Jawohl. Will der Bello raus? Will der Bello raus? Ja, dann geh raus, schnell. Ja, lauf Bello. Oh, jetzt sucht ich ein paar Opfer. Ah, da drüben. Da ist der nächste Gefahren. Das ist der nächste. Okay. Viele sind gar nicht mehr, oder? So, da ist der Molossier. Ah. Wie fein macht das? Wo ist das hier? Auch ein Schatz. Auch ein Schatz. Nice. Ah, okay. Das sind schon stärkere Gegner hier. Also ich bin mal alle fertig machen. So. Wo bist du denn? Hallo? Kollege? Was ist da drin? Ja, komm mal raus da. Ich bekomme einen Tag auf Kephalinia und so heißt man mich willkommen. Frenkliches Volk. Jetzt haben wir die anderen. Wo sind die anderen Typen? Höhle? Da ist ein Käfig. Wahrscheinlich Höhle oder Käfig. Das ist ein Wolf, ne? Dann ist der Schläger. So. Also schau mal, was das ist. Zum Bruder. Höhle. Okay. Zu tauchen. Okay. Auch nach oben. Was ist das? Das klingt gut. Verschlossener Schlüssel. Okay. Noch mal runter. So. Haben wir da jetzt alles abgelootet? Geh rauf da. Rachel. Geh rauf. Was ist das für eine Höhle? Das ist für eine Höhle, David. Apriac. So. Ich sehe das nicht. Da kann man rein. Was ist denn das für eine Höhle? Okay. Einmal Eis eingefunden. So. Das ist was. Cash. Ich bin schon wieder ganz woanders, ne? Ich eigentlich nie wollte. Bis jetzt lange. Was räumen noch? Wie? Was ist das los? Was ist das los? Cash, 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 cash. So. Das sind die Geschenke. Da oben. So. Auslassen. Was ist noch was? Ding, 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 ding. Wenn ich nicht kämpfen will, darf ich mich nicht sehen lassen. Da oben ist noch was gesteckt. Auf da. So. Cassandra springt. Cassandra springt. Nichts. So wirklich. Ich lass los mit. Okay, jetzt sind wir da oben. Da rauf. Nein. Schade. Den Kollegen haben wir uns jetzt. Dürfte das Lager gesäubert sein, ne? Hup. Hoppala. Ja. Hvor ist denn da? Hvorfeben? Just, wenn? nochmal schauen da waren wir schon ok sie sind rum er macht es mir leicht hoppala na na ok die 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 Mann! Der Ghost ride, der ist weg, ne? So. Pikaus. Da war ich so ein Typ, ne? Ja da. So. Meine Hormones jetzt. Oh je. Hoppe. Los Kassandra, los Kassandra. Go, go, go. Servus. Ich weiß, wenn man mich so ansieht, ist das sehr schwer zu glauben. Hm. Demut scheint eine deiner Stärken zu sein. Weltloft Gefahr der anderen. Hm. Wir wurden angegriffen, als unser Schiff anlegte. Die müssen den Reichtum über das Meer gewittert haben. Ich konnte ihn kommen, aber er sitzt im Hafen wie ein Tier in einem Käfig. Und du willst, dass ich ihn befreie? Bring ihn zu mir, ohne dass ihm mein Haar gekrümmt wird, und ich bezahle dich gut. Also wollte dich jemand aus Athen raushaben? Viele Jemande, um genau zu sein. Ornios und ich wurden aus dem selben Grund verbannt. Betrug, nannten sie es. Aber so ist das Leben, nicht wahr? Du kennst das bestimmt auch, oder, Söldnerin? Was? Das Söldnerleben ist natürlich kein ehrliches Leben. Aber keine Sorge. Bei mir ist dein Geheimnis sicher. Hüte deine Zunge, alter Mann. Kein Interesse? Ich rette deinen Bruder. Aber nicht umsonst. Ja, ja, natürlich. Drachmen sind die einzige Sprache, die ihr Kephalinier versteht. Ich bin keine Kephalinierin. Sparta! Zeigen. Kommt ein Schiff gefahren. Willkommen. Leckere, leckere Sachen. Okay. Dann da ist da, ne? Jetzt alle zwei. Warte ich sowieso hin, ne? Da drüben gibt es einen schönen Schatz für uns. Oder? Was ist da? Haben wir ja schon gehörtet, ne? Den Typen. Hoppala. Fegeschneidig. Beweise es, indem du mich zu meinem Bruder Davos esfern lässt. Meine Drachmen gehören dir, wenn du das tust. Wo ist denn du her? Was ist denn mit dir? Gott sei Dank haben wir schon alle vorher gekillt, ne? Was denn? Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ja, mach weiter. No. Wo war er auch noch? Wo war er auch noch? Orneus! Endlich wieder vereint! Diese Söldnerin war das einzig gute Ei in einem Korb voll fauler Eier. Bezahl sie für mich, Davos! Alles für meinen kleinen Bruder. Ich sagte doch, es sind nicht alle schlimm. 108. Ach, mein Mann. Kriegt nicht schlecht. Reden. Kefalinia. Das ist wirklich nicht Athen. Ne. Super schöner. So, haben wir da jetzt alles abgekrasst? Okay. Ne, ne, ne. Brüm ist noch ein langer. Das befordert auf uns. Gaga. Hoppala. Er hat das aufgeblitzt. Ring? Ring, bling, mein Ring, ring. Das war's. Ne. Komm schon. Äh, Icarus. Da bleib immer stehen. Das ist ein Schatz, ne. Den will ich, ne. Zack. Bitte start. Der Eingang. Okay. Das ist eine Falle. Das ist eine Falle gewesen. Das ist eine Falle gewesen. Schleitung. So. So. Wo war das eine Nest davon? Die Typen da. Was? Fliegen wir da um. Das ist ein Schatz. Das ist eine. Tür 3 E-Typen Okay, das ist machbar So Das ist ein Schatz, wenn man kein Blinder ist Bloß nicht sehen lassen Du bist dich sehen lassen, was? Was ist denn? Ich spreche Schau mal kurz rein Vielen haben wir nicht mehr Steigen wir wieder auf So, Cassandra, was hast du denn da einen schönen Beutel drin? Leichtum des Bruders, okay Darüben haben wir wieder einige Sachen, die man verkaufen kann Irgendwann da Vier an Ah Drück mit Vier Warum haben wir keinen Helm gefunden? Da wird mir ein bisschen Pferdchen Da haben wir noch nichts Das Waffe Waffe So Quests Ziemlich weit weg von uns Okay, wie machen wir das? Testen Ich werde immer alleine spazieren Ich werde immer alleine spazieren Ich habe schon viel zu lange dich verstanden Wenn du meinst Du hast du auch vom Stattel Du hast jemand, der sich ein bisschen scher Ich gehörte die Kaffe, das war Viel Glück, du hast es braucht Sie ist hier Verdammt Wer hat mich gesehen, die Schnappe Scheiße Stehe Stehe Ja, weiß ich auch nicht, ich muss mal weg kurz Geh endlich auf Tschüss Nö Hatsch Hatsch Das kann ich den ganzen Tag Verrecke Steißling Huah Geh endlich auf Es ist hier verloren Hatsch 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 Scheiße Die waren dann Es ist total nach hinten losgegangen Eieieiei Aber ich glaube wir haben einen ausgedämpft, oder? Nein, haben wir getötet, ja Hatsch 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 Sind wir ein bisschen verwirrt Hatsch 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 Irgendwelche Hinweise? Nis Wie schwer kann das denn sein? Los! Gut Ganz ruhig, ganz ruhig Bisschen noch. Ui. Okay. Schatz haben wir. Die müssen wir noch killen, die Arte. Nein. Ein Pferd. Na, wenn es geht. Das mache ich mit Lenk. Leere! Attire! Rechmeier. So, der letzte. Na, der letzte Sturm. Hoppala. Sauber. Das ist dein Ende. Na, deins. So. Abschlag. Was soll ich denn so einstecken eigentlich? Mehr machen. Bitte kurz ablegen. Suchen. Mehr da. Dann haben wir gelootet. Und... haben wir auch gelootet. So. Ah. Der andere Gegner gewesen vorhin. Cash, cash, cash. Katching, katching. Okay. Da ist was. Kommt da rein ins Haus? Nein, oder? Das macht so schöne Geräusche. Da auch. Geschenke. Das war's. Das war's. Das war's. So. Somit haben wir das aufgebringt. So das Häuschen, ne? Hallo. Kommt da rein. Kommt da rein. Ich weiß gar nicht. Wie hat denn sowas? Hängt an der Tür. Logisch, ne? Da rein. Kommt mir auch nicht rein, ne? Wir stießen. So. So. Schauen wir mal auf die Karte. So, heute haben wir da alles geklappt. Hast du noch? Sehr gut. Das können wir noch mitnehmen. Irgending. Da ist noch was. So. Ja. Gibt's an. Das war's mal wieder. Schöne Überlänge wieder. Folge. Muss ein bisschen nachholen. Okay. Ja. Bis zum nächsten Mal. Kommt mal raus. Ciao.